Man sieht nur hier, das ist ganz bestimmt das. Darum geht das. Deswegen wird das vorgemacht. Aber das hier oben, das ist irrelevant. Das gibt's nicht. Nur das hier. Das ist interessant. Welcome back, ladies and gentlemen. Ich bin Saib Syko. Ich bin wieder am Start mit einer weiteren Runde Phasmophobia. Und wir befinden uns heute im Wellow Street House. Eigentlich hätte ich vorgehabt für euch einen Farmer so aufzunehmen. Aber ganz ehrlich, der Geist war so nervig und asozial. Ich dachte, gut, das ist ein bisschen zu knapp für ein Video, dass wir das Ganze, dass ich euch das Ganze einfach hier ans Ende schneide. Das könnte natürlich eine XXL-Folge werden, das weiß ich jetzt noch nicht. Aber dann habt ihr einfach heute zwei Häuser. Ist doch auch mal ganz geil. Wir brauchen ein Foto, wir müssen eine Kerze ausblasen und wir brauchen ein Kruzifix. Das klingt alles machbar, würde ich mal sagen. Und wir jagen Charles. Der gute Charles. Charles Jackson? Mein Gott, das ist ein Zungenbrecher. Charles Jackson. Charles Jackson. Charles Jackson. Wow, das kann ich mal so einfach so sagen. Weil, dass man nicht Charles Jackson sagt. Also so, ne? Charles mit J und Jackson mit CH. Also. Kann ich mal so einfach. Und ich bekomme es nicht mehr hin. Ich bekomme kein Disco Truck mehr hin. Selbst wenn ich Blumen-Quality wieder anmache, diese Grafik-Bugs sind nicht mehr da. Charles, ich bin hier. Du hast mich erwartet, oder? Du wolltest doch, dass ich vorbeikomme. Über irgendwas helfen hast du gesagt. Zeigst mir, wo du bist. Ich bin nix dagegen. Okay, das war jetzt entweder ein Badezimmer oder hier. Hier ist aber nischt. Hier ist gar nix, auch kein Knochen. Dann war es ein Badezimmer. Schauen wir doch mal. Äh, nö. Doch. Nö. Nö, hä? Äh, hä? Hier, nö. Hier ist gar nix. Charles? Sicher, dass du hier warst? Irgendwas kehrt? Das kannst du doch nicht erzählen. Keller unten kann er theoretisch... Wobei, im Keller unten kann er theoretisch sein. Hier bist du? Ah, du hast auch gerade eine Runde. Dann lass dich nicht stören. Ich platziere einfach mein nerviges EMF-Gerät. Mit dramatischen Musikuntermalung. Und dann... Ich schaue jetzt erstmal ein bisschen weiter. Irgendwas... Ah. Wusste ich doch. Ich kann sagen, irgendwas mache ich. Gut, wir gehen nochmal zurück. Klingt hoch, aber... Fünf hoch? Jupp, auf jeden Fall fünf. Also ihr merkt schon, das ist ein richtig nerviges Geräusch. Richtig hoch. Okay, genug davon. Also wer jetzt den Ton nicht kennt und das nicht aus 10 Kilometer Entfernung hören kann, weiß ich auch nicht. Gehst du auf? Knochen? Bist du hier? Zeig dich. Gib mir ein Zeichen. Sind dir Kinder? Hast du Kinder? Können Knochen Kinder haben? Also... Ja, also... Eigentlich schon so. Also nicht direkt, aber ihr wisst, was ich meine. Also eigentlich so, ne? Ich meine, so gesehen, ich habe zwar... Also hätte ich jetzt ein Kind. Hätte ja so gesehen auch mein, keine Ahnung, mein Beckenknochen ein Kind. Oder meine Elle. Oder whatever. Also... So gesehen, ja, oder? Ich habe noch nie drinnen nachgedacht, ob wir auch Kinder haben können. Das ist jetzt echt ein interessanter Gedanke. Vorbei, eigentlich ist es wahrscheinlich eher dämlich, aber... Ah ja, da hinten bist du ja, gell? Du bist ja ein Zocker. Hey, Monsieur. Nicht killen. Ich bin auch Zocker. Das ist Leidenschaft, sogar. Wir sind gut, oder? Gut beinahe. Eine gute Chance. Ey, ich hatte letztens einen Geist, der hat Icecat gesagt, dass er 1 ist. Gut, es hätte auch sein können, dass es 2 1er waren. Sprich, dass er sagt, dass er 11 ist. Aber... Auch mit einem 11-Jährigen möchte ich nicht hier in dem Haus spielen. Könnt ihr vergessen? Und mit einem 1-Jährigen schon gar nicht. Und ich glaube, der 1-Jährige war sogar ein Revenant, der mich gekillt hat. Also... Was zur Hölle? Und er sah aus wie ein alter Sack. Also Benjamin Button. Auf jeden Fall. Aber er hieß nicht Benjamin. Ich glaube, Benjamin gibt es ja gar nicht. Benjamin. Benjamin Blümchen. Hast du mit einer Tür gespielt, Charles? Ich glaube nicht, ne? Ich bin mir... Ich weiß und ich... Keine Ahnung. Aber wir werden sehen. Aber jetzt erstmal... Damit er noch ein bisschen Zeit hat, damit wir auf jeden Fall nochmal sicher sind. Gehen können. Nehmen wir jetzt erstmal Videocam mit und buchen. Dann können wir die direkt beim nächsten Mal schon mal umstellen. Und bis dahin hat er jetzt Zeit, noch irgendwas anzugraben. Damit wir die Chance haben, seine... Fettschwinge... Seine Fettfinger zu erkennen. Eigentlich sowieso. Was muss ein Geist tun? Oder was hat er in den Händen? Dass wir die grün leuchtenden Fingerdrücke sehen können. Und wie... Wie macht der? Aua! Sag einmal, haust du mir einfach die Tür drauf oder was? Ja, geht's dir noch gut? Ey, was ist denn los mit ihm? Voll aggressiv hier. Gut, ich kenn's auch. Wenn ich am Zocken bin und irgendjemand kommt rein und nervt mich, also... Das kann ich gar nicht, also... Gerade meine Schwester und meine Mutter, die haben das nie gerafft, so... Sag, ja, ich zock eine Runde. Auf einmal, bam, bam, bam. Tür wird aufgehauen. Die ganze Zeit gelabert und sonstiges. Ey, da hätte ich einen Ausraster kriegen können, also... Sag ich ganz ehrlich. Meine Schwester war sowieso immer so geil. Sie hat nie geklopft. Ich hab... Normalerweise klopfen, wenn ich ja sag, habe ich Zeit. Wenn ich da nicht. Ganz einfach direkt. Ganz, ganz einfach. Meine Schwester macht die Tür auf und sagt, oh, vergessen zu klopfen. Die mir da ja trotteln. Nett gemeint. Also gut, damals nicht, aber im Nachhinein nett gemeint. Und ja, dann sagt sie so, ja, mir ist langweilig. Denk mir so, ja, raus hier. Und jetzt ist es so, jetzt muss ich nicht mehr klopfen muss, weil jetzt weiß ich ja, wenn sie vorbeikommt. Hast du gerade... Okay, ein leichter Ausraster, aber keine Ahnung. Das Buch könnte beschrieben sein, wenn wir Glück haben. Aber ja, jetzt klopft sie, und vor allem, wenn sie jetzt klopft, weil ich hab ja hier einen abgesagten Raum, wo ich Shisha brauche. Ja, wenn es halt auch hier drin bleibt. Und dann klopft sie. Selbst wenn sie mich hat besucht, klopft sie. Ich weiß ja, dass sie da so, ne. Dann klopft sie. Gleich herein, kommt sie rein. Dann muss sie noch auf Toilette, geht wieder raus, klopft sie nochmal, wo ich mir denke, ich weiß doch, dass du zum einen da bist, zum anderen warst du gerade eben vor zehn Sekunden schon mal hier drin. Wieso klopfst du? Ja, ich will dich informieren. Ach was. Ach nee. Ich sag ja nicht ohne Grund. Ja, du kannst zum Shisha rauchen reinkommen. Aber ja, dann natürlich erstmal nochmal klopfen und wir haben das Buch. Naja, gut. Für alle, die nicht so gerne Storytelling von mir hören wollen, können gerne bis zu dieser Minute jetzt vorspulen. Das hätte ich nur vorher sagen sollen. Wäre, glaube ich, sinnvoller. Buch haben wir? Warte, wir können ja noch ein bisschen... Oh, du bist wunderhübsch. Ich hab mein Fotoapparat verloren, weil du mich gerade erschreckt hast und... Wir haben so einen Schritt fotografiert. Das ist das perfekte Foto. Okay. Aber warte, ich muss mich wegdrehen. Geht nicht. In die Richtung. Schaut euch das Foto an. Hier. So wird's gemacht. Man sieht den Kopf nicht. Man sieht nur hier. Das ist ganz bestimmt das. Darum geht das. Deswegen wird das wohl gemacht. Aber das hier oben, das ist errettbar. Das gibt's nicht. Nur das hier. Das ist interessant. Ja. Okay. Ich... Ja. Ich glaube, der Nackte wird nicht mehr mit mir spielen wollen. In Zukunft. Aber kann ich vollkommen nachvollziehen. Ich würde gerne auch gerade nicht mehr mit mir spielen. So. Man wird einfach so Brainergabern und Fassmutzack. Die Geiste bringen echt aus dem Konzept. Und gerade wenn so ein Nackter dann auch ein Zustiefel, dann... Wo bist du? Wie alt bist du? Zeig dich. Bist du hier? Wo bist du? Wie alt bist du? Zeig dich. Bist du hier? Wo bist du? Hm. Wait. Wait, wait, wait. Wir können ja eigentlich auch schon mal das hier eintragen. Oh, nicht Shade Wrap. Äh. 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 Ich will eigentlich... Äh. Ich möchte nicht. Wir platzieren nicht hier. Wenn jetzt... Wenn jetzt der Schreibtisch tut hier am Weg ist. Okay. Der wird sehr wahrscheinlich im Weg sein. Deswegen... Bzw. So. Und gehen das mal raus machen. Brainstorming. Also ähnlich. Also die eine Sache vom Geist geirkt zu werden. Eine andere Sache wäre nackter, die hinterherläuft. Mit dir kuscheln will. Aber schau dich mal seinen hübschen Popo an. Oh. Jetzt sind wir zu nah rangegangen. Aber wir können nochmal zurück machen. Pause machen. Hat einen hübschen Pop. Oder ein Bobbis. Wer eine Kollegin sagen würde. Okay. Oni, Shade und Wrath. Sie fliegen. Mh. Oni wäre die Box. Ja. Shade wäre ein Ort. Theoretisch. Und Wrath wäre ein Fingers. Okay. Ladies and gentlemen. Wrath kann es nicht mehr sein. Wrath. Wobei. Wir müssen. Wenn er vorhin erschienen ist. Und deswegen die Tieren zugegangen sind. Dann haben wir keine Fingers. Dann müssen wir jetzt nochmal die Ding kontrollieren. Die Fensterscheiben. Also. Bei wie viel sind wir? Ach. Jo. Der war aber gnädig. 38%. Der hat noch nicht gejagt. Also leider haben wir Glück gehabt. Ich sehe halt keinen Ort. Box hatten wir auch nicht. Also ich würde vielleicht eher noch in Richtung Fingers tendieren. Aber. Haben wir irgendwas zum Jagen? Kerze. Kruzifix. Ich wette halt wenn ich reingehe. Wird mich Insta anfangen zu jagen. Und schauen wir mal. Dass wir überleben. Charles. Ich komme wieder zurück. Ich bin wieder da. Bist du hier? Wieso rede ich mit ihm? So. Charles. Lass mich bitte noch schnell die Kruzifixer platzieren. Und dann kannst du gerne anfangen zu spielen. Gell? Klar. Mach dir keinen Stress. Bitte. Bitte. Okay. Nummer 1 liegt. Charles Nummer 1 abgewehrt. Nummer 2 liegt. Hoffen wir mal, dass es zählt. Ich würde es nämlich gerne noch mal die Uhr fahren und meine Fenster testen. Ist ja schwer einzuschätzen. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob er die Tür bewegt hat. Das ist jetzt ein großes Problem. Es könnte sein. Es könnte aber auch nicht sein. Interessant ist nur, dass er immer noch nicht jagt. Wir sind schon weit gedroppt. Wo bist du? Wie alt bist du? Zeig dich. Bist du hier? Wo bist du? Wo bist du? Mein Herz gibt es gibt es. Äh, B. Aber der ist heiß auf mich. Also ganz ehrlich, so halbzig, wie der jetzt schon gekommen ist. Hallo. Licht aus. Aber jetzt können wir hier Fingerabdruck checken. Okay, Ladies and Gentlemen, wir haben keinen Draft Entwarnung. Aber er hat immer noch nicht gejagt. Was ist denn... Hä? Was ist denn los mit ihm? Also, nicht, dass es mich stört, ne? Also, wir werden ja gleich sehen, wie viel Sanit, die wir noch haben. Also, was ist denn los mit ihm? Nicht nur, dass er geil auf mich ist. Nein. Und auch schon, wie ich gerade erwähnt habe, schon ein paar Mal gekommen ist. Erschwing. Ich korrigiere nochmal von vorne. Aber er jagt auch nicht, also. Er will mir nichts tun. Er will nicht, dass ich sterbe. Aber... Yo, das kannst du mir nicht erzählen. Also, gut. Ich sag ja immer, jetzt hat es auch endlich getriggert. Sehr schön. Ich sag ja immer, die Geister sind langweilig. Aber der Geist, obwohl er nicht jagt, ist richtig asozial und richtig nervig. Aber wir haben keinen Ort. Wir müssen irgendwo die Box haben. Box, Box. Okay, ich würde auch sagen, Ladies and Gentlemen, bevor wir jetzt hier noch in Gefahr laufen, von einem Nackten gekillt zu werden. Ich brauche dich gar nicht mehr. Nehmen wir jetzt hier einfach noch eine Kermit. Und gleich können wir noch den, die, die, wir können ja nicht direkt die Kerzen mitnehmen. Ich habe ja noch einen Slot frei. Mir gehört. Okay. Ich weiß nicht, was mit ihm los ist. Also, seltsam. Gerade eben auch, als er erschienen ist, ist er von draußen reingekommen. Äh, er dachte, ich sage jetzt, er ist von draußen gekommen. Ne, ne, ne. Aber das ist auch nicht so zweitartig. Ich kann nur ein bisschen zweitartig verstehen. Okay, deswegen werde ich jetzt mal hier eine Kermit platzieren. Und jetzt müssen wir mal überlegen. Wie hatten wir die Kermit bis jetzt? Okay, jetzt aus Bett. Okay, wir hatten hier eine Kermit, hier schräg rüber. Wir hatten eine Kermit hier rüber. Und, ähm. Dann stellen wir jetzt hier eine Kermit, damit wir hier quer rüber. Okay, hier ist auch das große Effekt, das angeknaberte. Er ist da hinten irgendwo gespawnt. Problem ist, er ist hier gespawnt. Check. Also, eigentlich müssten wir da einen Orb haben. Hier in dem Bereich. Denn die Orbs sind da, wo der Geist spawnen. Oder können da sein, besser gesagt. Weil ich meine, er kann ja auch, er ist ja zum Beispiel auch hier gespawnt. Gespawnt. Deswegen, die Kermit werde ich jetzt auch nochmal ein bisschen umplatzieren, damit wir das hier so direkt breit rüber haben. Sag mir nicht, du bist jetzt hier. Ich will nochmal die Geisterbox. Wenn er jetzt hier ein bisschen roam. Vielleicht. Wieso stehst du? Wie, was? Ja, nee, ist klar. Ich frage dich die ganze Zeit tausend Dinge. Du antwortest mir nicht. Dann rede ich nicht mit dir. Und auf einmal sagst du, du bist ein Kind, Matt. Ja, habe ich verstanden. Das habe ich beim ersten Mal schon verstanden. Jetzt reg dich mal ab, Kollege. Aber es kann doch nicht sein, dass du jetzt hier, zum einen bist du kein Kind. Du bist größer als ich. Nicht überall. Das kann doch nicht wahr sein, also. Wirst du nochmal irgendwas sagen? Vielleicht mir nochmal sagen, dass du ein Kind bist oder sowas oder. Ne, alles gut, jetzt hast du keinen Bock mehr. Okay. Kerze hat er ausgepustet und umgeworfen. Ich würde sagen, ladies and gentlemen, wir düsen vielleicht jetzt ab. Also der Geist, der ist mir ein bisschen suspekt. Da kriege ich eine Gänsehaut. Der ist mir irgendwie, der ist mir nicht geheuer. Weil ich mir überlege, dass ich am Anfang rumgeschätzt habe mit Spielchen und sowas. Und jetzt sagt er mir, er ist ein Kind. Böses, 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 Böses Thema. Ich habe nichts gesagt. Das ist ja zum Glück nur ein Spiel. Wir haben alles. 88% Sanity. Wir haben die Geist eingetragen. Oder haben wir? Ne, haben wir nicht. Box, also haben wir einen Oni. Und ich würde sagen, wir düsen jetzt ab. Also Charles Jackson. Geiler Name. Aber du bist echt weird. Aber das können ja dann die Zuschauer dann entscheiden. Aber euch wünsche ich jetzt dann erstmal noch viel Spaß mit dem nächsten Haus. Und zwar mit einem Farmhaus, in dem es ein bisschen anders lief als erwartet. Wir befinden uns im Grafton Farmhaus. Die meisten werden wissen, dass ich die Farmhäuser überhaupt nicht leiden kann. Das liegt daran, dass ich meine negativsten Erinnerungen an meine Anfangszeit aus den Farmhäusern habe. Denn da gab es zwar die Möglichkeit zu lupen, doch das kannte ich damals nicht. Es gab keine Spinde, es gab keine Schränke. Auf gut Deutsch, wenn er Geist gejagt hat, war ich in der Regel tot. Und das, ja, deswegen mag ich die Farmhäuser nicht. Aber in letzter Zeit, jetzt habe ich sie so häufig, dass ich mich langsam dran gewöhne. Helen. Helen Robinson. Helen mag ich nicht. Irgendwie, ich glaube die Geister wissen genau, dass ich mir den Namen nicht merken kann. Und den auch nicht so schön finde. Und deswegen treten sie mir immer ganz gerne in den Arsch. Wir brauchen aber auch noch ein Foto, Bewegungssensor, Misten, während der Jagdräuchern. Das finde ich interessant. Und da gehen auch Grüße an die Schnitzelqueen raus. Ich glaube, sie schaut die Videos nicht. Aber sie ist richtig krass. Stufe 55 ist sie, glaube ich, jetzt. Relativ noch am Anfang. Ich glaube sogar noch ein bisschen niedriger. 35 oder sowas. Doch sie hat es geschafft, den Geist zu räuchern und durch ihn durchzulaufen, damit sie in ein Sales-Spot kommt. Ladies and Gentlemen. Ich bin auf 1.500. 1.555, um genau zu sein. Richtig geile Zahl. Und nicht mal ich traue mich das. Wenn ich den Geist räucher, drehe ich um und gehe in die andere Richtung oder laufe in die andere Richtung weg. Aber ich würde niemals durch den Geist hindurchlaufen. Alter Vater. Also da auf jeden Fall Respekt und Grüße gehen raus. Und das würde ich auf jeden Fall jetzt demnächst auch mal versuchen. Beziehungsweise schaffen. Nur zu versuchen wäre irgendwie... Ja, ich glaube, ich würde mad werden, wenn ich da verwecke. Aber alter Vater, also da... Servus, Knochen, wie geht's? Kommst du öfter, ja? Ich habe doch hier... Da kannst du mir... Hier war er doch, oder nicht? Doch, sicher. Schau mal nicht. Ich dachte, hier wäre was. Ah, Helen, bist du hier? Zeig dich. Kannst du mir ein Zeichen geben? Sind hier Kinder? Bist du alleine? Bist du ein bisschen fangen spielen? Kann auch verstecken spielen, mir ist das egal. Nur ein bisschen Unfälle, wenn du ein Geist bist. Helen? Na komm. Wo bist du? Hallöchen. Sie möchte nicht fangen spielen. Habe ich nichts dagegen? Na guck, erst mal den Breaker machen und... Dann geht's weiter. Okay, Madame, zeig dich. Bist du hier? Ja? Nein? Vielleicht? Kennt ihr das noch? Ja, nein, vielleicht. Die Zettelchen, die man sich damals in der Schule noch geschrieben hat, dass man noch jünger war. Ja, Helen, du darfst gerne mitreden. Mein Gott, meine Stimme. Ich drück einfach währenddessen die ganze Zeit v, damit er mich auf jeden Fall hört. Aber das war noch die gute alte Zeit. Man hat sich nicht getraut, mit einem Mädchen zu reden. Oder andersrum mit einem Kerl. Man hat dann erstmal so ein kleines Zettelchen fertig gemacht. Draufgeschrieben, ja. Ich soll was machen, oder willst du mit mir reden? Oder was schreibt man da? Was hat man da draufgeschrieben? Ich kann es nur mal, willst du mit mir gehen? Ja, nein, vielleicht. Aber ganz ehrlich, hat schon mal jemand viel leicht angeklickt, würde ich schon sagen, mein Gott. Man merkt, in welcher Zeit wir gerne leben. Angekreuzt. Richtig ausgut. Ganz ehrlich, was? Wieso schreibt man dann viel leicht drauf, so? Hm, er möchte vielleicht mit mir gehen. Was sagt mir das jetzt? Keine Ahnung. Gigi. Helen, bist du hier? Bist du gerade im Schlafzimmer? Darf ich reinkommen? Wow, man kann ja nicht mehr anklopfen, fällt mir gerade auf. Wir betreten einfach so ein Schlafzimmer, in dem der Geist sein könnte. Der Vorteil ist, es ist scheißegal, ob der Geist angezogen oder nackt ist. Man sieht ihn ja sowieso nicht, außer er will das. Und wenn er will, dass er nackt gesehen wird, dann... Müsst du Bescheid? Da hat er was ganz Bestimmtes vor. Helen? Mädel, du hast doch irgendwo schon was geworfen. Kannst mir doch nicht erzählen. Bist du hier? Ne? Wieso nicht? Ich kann so nicht arbeiten. Das hat der einzige Nachteil in den Kopfhörer. Man hört nicht ganz so viel. Aber dafür ist es alles basslastiger. Das ist richtig geil, aber... Du musst richtig laut machen. Helen? Gib mir ein Zeichen. Zeig dich. Hier hinten war ich als ich was gehört habe. Helen. Und ich habe schon wieder ausgekehrt. Immer wenn ich in die Küche gehe, höre ich was. Ah. Ha. Oh oh. Und wir haben freezing. Okay. Ähm. Jo. Helen. Werdet ihr nicht übertreiben? Aber zumindest schon mal... Okay, sie ist neben mir. Ich schaue gerade mal, wie klein sie will. Wahrscheinlich mitraten, was sie ist. Vielleicht weiß ich es ja selber nicht. MF. Fingis. Helen, hast du gehört? Fingis. Oder... Oder in Orbs. Worauf hast du Lust? Hm. Äh. Krabbel mal irgendwas an, dann kann ich dir sagen, ob du jetzt Fingis hast oder eher ein Orbs. Okay, sie versucht schon Richtung Tür zu gehen. Dann geht es erstmal rausholen. Äh, genau. Frau Lampe. Warte mal. Drop that shit. Wir haben nur Frau Lampe und eine Cam. Und ja, gut, die nebenkürzt sie werden da noch nervig, da wir auch noch jagen lassen müssen. Und wir sind, glaube ich, gut unterwegs. Also, es könnte nervig werden. Ja, wir müssen noch ordentlich droppen. Das werde ich dann später natürlich vielleicht rauskatten, ganz klar. Vielleicht, dass es nicht zu langweilig wird. Foto vom Geist. Mädel. Hoffentlich bist du kooperativ. Ich habe keine Lust, hier zu lange drin zu trainen. Na gut, wir werden sie auf jeden Fall ein bisschen rauskitzeln. Ich meine, wir haben sogar schon unsere Cam dabei. Also, gut. Esstisch. Äh. Das ist jetzt immer so eine Sache für mich als Koch. Da kann ich bessere, was man auf dem Esstisch machen kann. Aber, gut. Vielleicht hat es hier Bock drauf. Okay, wir haben Fingis. Ja, dann, wir haben Fingis. Du bist ein, äh, eine Banshee. Nein, das passt doch sogar. Banshees sind nämlich eigentlich nur weibliche Geister. Und deswegen ist es auch seltsam, wenn man hier so einen Kerl hat, der eine Banshee ist so... Aber gut, meine Güte, das war... Jetzt weiß ich, warum es gelaget hat. Sie freut sich so darüber, dass sie endlich weiß, was ihr ist. Helen? Darf ich kuscheln kommen? Oh, sie ist schüchtern. Oh, oh. Sie ist doch nicht schüchtern. Doch nicht schüchtern. Doch nicht schüchtern. Doch nicht schüchtern. Du kleine Sackratte. Ladies and gentlemen, ich habe nichts gemacht. Was ist mit Helen los? Kein Geräusch, kein gar nichts. Ich habe nichts gemacht. Ich glaube, ich schneide es uns einfach bei der... Ich schneide es uns einfach ans Ende von irgendeiner Folge. Ganz ehrlich. Ihr habt es gehört? Oder nicht gehört? Ich habe nichts gemacht. Ich stand einfach nur drin. Auf einmal konnte sie straight zu mir hin. Reißt den Schrank auf. Killt mich. Scheiß Banshee. Heier. Ich weiß nicht, wie es geht. Vielen Dank.